Es hat etwas an sich, Sven, durcheinander von Fremden. Tagelang zusammengepfercht, nur um von einem Ort zum anderen zu gelangen und sich nie mehr wiederzusehen. Ich sehe Böses in diesem Zug. Ein Passagier ist gestorben. Haben Sie ihn also doch erwischt? Sie vermuten, er wurde umgebracht? Nein, 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 nicht, also, nur dass er bei bester Gesundheit war, er hatte Feinde. Für wahr, er wurde ermordet. Grundgütiger, ein Mord hier. Gott abarme sich seiner. Jemand hat mitten in der Nacht mein Abteil durchwühlt, aber auf mich hört ja niemand. Gab es einen Mord? Was geht hier vor? Gibt es auch einen Mörder. Der Mörder ist unter uns. Und jeder von Ihnen ist ein Verdächtiger. Und wer sind Sie? Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin vermutlich der größte Detektiv der Welt.